Jo Leute, und damit willkommen zurück zu Tech-E- Äh... Tech-E- 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 Ne, Hexe. Nachdem das ein paar Mal abgestossen ist, hatten wir erstmal Pause gemacht. Bisschen was gefretet. Ja, was gefressen. Gerät geholt. Paar Stuffs gemacht schon mal, die wir alles gefunden haben. Wollten wir das jetzt eigentlich machen? Was denn? Mit dem Portal und so. Ja, könnten wir machen, dann brauchen wir nur Obsidian, ne? Ja. Habt ihr Diamant-Pickax, ne? Also... Weil, dass wir hier ein Portal haben und dann woanders ein Nether hinstellen. Ja. Dann kommen wir wenigstens besser zurück. Richtig. Das war zumindest irgendwo schon mal hier, wenn wir weitergehen oder so, weiß nicht, 2000 Blöcke oder so, dass wir dann ein Portal hinstellen. Ja. Das wäre ja dann besser immer. So nach Abständen von Portalen immer so... Kann man dieses Scroll auch herstellen? Ne, Scrolls kannst du glaube ich noch finden. Und doch kann man herstellen mit dem Paper und Enderpearl. Da kommen wir zurück, wo wir zum letzten Mal geschlafen haben. Ey. Du Irrer. Also Enderpearl habe ich zehn Stück. Habt ihr Papier? Ja, das brauchen wir noch. Ja, hier. Eins können wir herstellen. Der Sugarcane. Die Röhr sind schon für in der Augen drin. Guck gerade. Ne, ich hab nichts. Also, ich hab kaum was hier drin. Ja, ich kann das Papier herstellen. Ja, dann... Ey, mach doch die ganzen Sugarcane-Swingen. Dann pflanzt die doch wenigstens an. Du Idiot. Oh, die kann doch nicht anpflanzen. Ja, dann musst du hier Erde irgendwie hinballern. Oder mach doch Kartoffeln weg. Ja, mach das. Ach ja. Ich würde aus dem Leder keine kleine Packs machen. Immer große, dann müssen wir erst Fäden finden. Das ist besser... Ein paar... Rottenflashen-Renton. Naja, gut. Bist Rottenflashen-Renton. Habt ihr schon so eine komische Burg im Schnee-Billion kaputt gemacht? Gelootet? Ich glaub nicht. Ähm... Koordinaten... Moment. Das ist eine Spinne. Ich muss nicht... Und wieder. So, es leckt wieder, weil du wieder umfliegst. Ja, Welt erobern. Die Weltherrschaft. Oh, oh. Okay, Koordinaten. Minus... Entschuldigung, es hat gelegt. Und ein Haarschloch. Es hat voll gelegt, Alter. Minus 177... Und, äh... Und, äh... Und 97. Die Höhe ist ja egal. Minus 175. Minus 177. Und minus 97. Bist du bescheuert? Achso, was denn? Hey! Oh, scheiße. Falschrum. Oh, Johnny. Achso. Wir laufen zusammen, ja. Also in die Richtung. Das ist mit Slack. Irre das. Ich küsse, ob da bist du. Ja, wir dauern jetzt. Wir wollen ja jetzt hoch. Ja, er fliegt natürlich hoch. Warte, ich geb euch den runter. Hier. Könntest du immer. Du musst mit Rechtsklick. Ja, ich weiß. Hui. Achso. Und nach oben gucken dabei, ne? Gib dir noch... Johnny. Na, Johnny, willst du hoch? Ich hab'n Bogen. Ich kann nicht abschießen. Du weißt, dass er denn nicht macht. Der ist fast kaputt, Alter. Egal. Aber das legt voll, wenn man das Ding nutzt. Der ist auch von bei uns momentan temporär auf dem Server gebannt. Boah, ey. Das legt ja grad ganz schön. Ich mach nix. Ich bin bei euch. Legt aber bei mir nicht wirklich. Was haben wir denn da unten? Oh, ne Kuh. Leder. Leder. Wow. Ich hab'n Looting auf mein Schwert. Dann. WDF. Ey, hast du auch so ne... Helfen die Federn auch, wenn man... ...nirgenden Bank hat? Boah, wie viel Leder da rauskommt, wenn ich die mit Looting schlage, Alter. Ja. Okay. Da kam grad aufs eine kurze Leder raus, weil ich mit Looting schlage. Ja, egal. Dann bopst du die. Nooo. Hauptsache es ist mal Leder. Komm, lass es weiter suchen. Ich hab jetzt, äh, ein Stack und elf Leder schon drückt. Ey, meine... Das sind Diamanten, Diamanten. Ey, meine Kuh ist so komisch verbuggt hier. Ja? Weil sie sich nicht bewegt? Ne, die ist... Nooo. Die ist irgendwie verbuggt. Da war grad, ähm... Kennst du das, wenn die ganzen, ähm, Texture Packs, diese ganzen einzelnen Items? Ey, da sind überall Diamanten in der Wand. Warte, warum machst du den eigentlich weg? Schon sieben Diamanten grad. Hey, Gripper. So, wo wollen wir denn lang? Sag mal, ey, gerne, in der Koordinat... Also, beziehungsweise in der Himmelsrichtung. Keine Ahnung. Okay, ich wackel nach Norden. Wo bist du jetzt? Ich seh keinen von euch. Doch. Ja, ohne. Da war eine Kuh, glaub ich. Doch. Buzz Flash. Hi, Johnny. Ja, Johnny Portus ist natürlich wieder der Affe. Ich nehm ja auch nicht auf. Ich kann das auch nicht lassen. Echt. Boah. Ob und so direkt dafür bist du bei mir. Ich bin zu voll, die Dinger hochzulatschen. Maaan. Ich baue mich einfach vor, Santos hoch. Ein Wichser. So. So, warte mal, was haben wir denn hier unten? Hier ist ein Dschungel. So, jetzt ist es in die Richtung, ist das Ding. Komm, dann gehen wir da hin. Dann normal gehen. Oh, pass auf, wenn runter geht. Boah. Boi. Wow. Voll Schaden genommen. Ich bin einfach mal runtergesprungen. Boah, lag. Hör mal auf, so zu fliegen, Mann. Ich geh nicht ganz weit. Ich bin doch vor euch noch. Ja, aber... Bin gleich tot. Wenn du nicht fliegst. Heile mich mal bitte. Ich höre Schokobo. Ja, und ich seh den auch. Lass mich die töten, vielleicht druckt der was. Nein, der nicht töten, du Pima. Das sind zwei Stück. Ah. Der droppt Federn. Ach, doch, wir brauchen die Feder für... Ah, pfff. Alter. Du darfst nicht in meinen Schwert rein drücken. Er hat vier Schokobo-Federn gedruckt. Und ich hab fünf. Will ich. Also... Wenn ich euch tötet, hofft ihr dann auch, ne? Nein. Und damit kann man jetzt Sattel machen, oder so? Ja, mit den Federn. Mit Leder, Federn und zwei Strings, glaube ich. Christian, ich hab grad gesehen. Ich will einen golden Schokobo haben. Ja, den musst du züchten, ne? Das hab ich bei Zombay gesehen. Zombay. Da auch mal Richtung Castle da oben. Ja, ja, ja. Ja, er fliegt ja mal ein Stück weiter nach oben. Klar. Hä? Ja, ja. Ey, ich kann's doch auf der Map sehen, die Castle. Der Minimab um rechts. Knochensteine leinten. Es war Johnny vorbeigezogen. Ja, und er hat einfach ab. Ja, was denn? Ein kleiner Vorteil. Als Mage. Achso, wir haben uns unterteilt in verschiedenen Gruppen. Klassen. Klassen. Ja, Klassen. Ich hassen. Aber eigentlich nicht. Die haben das einfach so entschieden. Ja, komm. Nur weil du der Def bist, der Tank. Du musst jetzt hier nicht weinen. Warum? Du hast auch noch... Was hast du denn eigentlich nur? Also eigentlich ein Rollenspinsel. Das ist das, was ich am besten kann. Überhaupt nicht. Rollenspinsel-Tank eigentlich in der Mix. Nicht. Ja. Nein, 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 nein. Du bist so dämlich, echt. Komm mal auf. Ey, ich will nicht mehr herlaufen. Du kommst ja gar nicht weg hier, ne? Nein. Warte mal, da unten ist noch ein Baum, der etwas näher ist. Ach, ich hab's überlegt. Warte, warte, ich komm hin. Ich halte dich. Hui. Oh, lass es herzen regnen, oh. Oh, geil. Schleck mal eine. Aber du siehst das, Carsten, ne? Ich stehe da voll drauf. Die ist auf dem Miniman. Waaah. Scheiße. Und da wollte ich jetzt gleich reingehen. Oh, die ist noch oben auf dem Berg, ja geil. Hi. Sie sind doch Cheater, ey. Ja, wie sollen wir da jetzt hochkommen, ne? Hä? Ich bin oben. Ich auch. Ich auch. So. Wenn wir alle dann so lecklich stuff haben, dürfen wir uns nicht mehr boarden. Nein. Nein. Ey, 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 ey. Soll, Hilfe. Geh weg. Oh, oh, das hört sich eindeutig nach Walker an. Jawohl, ich bin in eine Forestkammer gelandet. Besser. Voll entschieden, man. Es war alles Ninja-Rooten. Was? Poison-Potato? Hä? Vergiftete Kartoffel? Oh, oh, das ist Walker. Das sind wo? Oder Spectre. Spectre oder Walker? Walker. Viel Spaß. Tantos, hau mich nicht. Ja, warum stießt denn bei mir den Weg? Hey, mach doch einfach mal einen zweiten Gang hier rein. Das ist einfach. Oha, hau mich nicht. Ich glaub, das werden wir die schaffen, Alter. Tantos, du darfst noch nicht nah genug, wenn man die dran gehen. Für die auch von den Rücken. Ja, du standst gerade genau in den. Ja. Oh, oh. Oh, oh. Mach mal hätte alldessus. Gesterbe. Und war, ich weiß nicht. Aber die geben, 86. Harrisinger. looten bei kürzer gott sei denn ich bin ganz gegenüber brennen vorhanden pfeil zurückgebrockt dass man hier weg nerven warte machen wir kurz pvp aus ja dann mach mal pvp aus auf warte ich hab einen geheimgang ist kennt ihr den geheimgang nicht nach draußen nicht nach draußen nicht nach draußen nicht nach draußen da kommen sie mehr cento ist gleich links da sind die bücherregale müssen wir hin ja ich weiß ich hab das schon gesehen krass direkt doch pvp kann man gar nicht mehr komplett ausmachen oder normalerweise doch ich weiß das sind pfeil deswegen habe ich mich am meisten langgebuddelt und dann nachher die an für die dispenser rausgeholt da kannst du erst unendlich pfeile sozusagen nein man kann das nicht ausmachen kommen normal haben sie doch doch eigentlich weiß das nicht warte fach es ist pfeile da drin oder auch feuerbälle sind da drin hier vorne ist die turtle alter hier ist die turtle siehst du die alter die turtle 500 leben alter alter wo zentos wo bist du hier hinten alter komm ich hier vorne hin komm ich vor den nerfigen schaden sag mal wenn du wenig herzen hast naja mach ich dann kann man kein pvp ausmachen bleib doch mal hier du missfiecht warte ich wechsle eben den stab dann geht ihr uns hier und sagt warte pass auf warte es nicht ich hab doch ein fettes schwert da hinten doch 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 ja dankeschön johnny ja warum läuft doch mein schwert rein ja bin ich gar nicht ja zart und danke jetzt bin ich obere ich war das nicht das macht die selber das macht die feld auch obere etage komm runter da johnny ja ich kämpf grad gegen leute ja mach das ich geh ihm looten 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 wo ist das hier denn oder wo bist du weg ich hab noch ein big pack mit alter hiel mich hiel mich hiel mich ja komm doch da runter wo ich eben kram hab wo ist er wo ich seh johnny nicht ja ich bin so ja wo bist du oben erstetage zweitetage wo bist du hingegangen ich bin grad hin wo wir grad waren ich seh den nicht ich seh den nicht sorry hier ich seh deinen namen schon hinter uns, hinter uns, hinter uns, hinter uns, hinter uns komm schnell 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 lassen lassen wo bist du denn? hinter dir da ist hier die Brinne boah ich bin gleich tot heil mich mal wow hier bin ich boah ey, die fücher ne ey boah ey, die fücher ne ey wie lehrst du das? nein du Penner du zieh auch wieder in die Tasche höher ja fickt euch, ich bin gleich schon wieder tot danke hi johnny he